So, dann können wir gleich mal aufräumen. So. Nein, Popcorn. Mikrobeln-Popcorn. Ja, geht. Die wird zwischendurch, sagt schon ganz okay. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, aber du hast das Problem, dass du dann wieder umhängen musst. Ja genau. Das ist gescheiter, du nimmst vorne das Mähwerk und haust hinten einen Ladewagen. Das kostet ja eh auch zu machen. Ab 10% kostet das immer zu machen, oder? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, mit dem Drehschimmel. Mit dem Drehschimmel. Man, du kommst ja die Aufklärung, aber du kriegst ja keinen Zeitpunkt mehr. Nö, die sind weg dann. Die sind dann weg. Die laufen bis zur Wirktheit und dann sind sie weg. Ja, aber das ist sehr gering, die Chance. Ja, wenn du das angenommen hast. Das ist das andere. Ja. Ja, du schuld. 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 Okay, gutes. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das ist das Kuckuck. Die haben wir auch voll. So, jetzt in der Kleinen. So, jetzt in der Kleinen. So, jetzt in der Kleinen.